Das ist die Botschaft für Dezember 2021. Vorfreude. Wo kämen wir denn hin, wenn wir vor Freude unseren Alltag gestalten ließen? Dazu hilft es sich in Gedanken, eine anstehende Situation, ein Ziel, ein Gespräch etc. in den schönsten Farben auszumalen, tief einzutauchen, auf diese Weise zu beleben und es mit jeder Faser deines Seins zu fühlen. Das hat immer zur Folge, dass Du vor lauter Vorfreude energetisch so hoch schwingst, dass Du nur Situationen, Gespräche, Gedanken etc. anziehen kannst, die auf derselben Frequenz schwingen. Mach mal. Mehrmals am Tag. Und schau mal, wo Du damit hinkommst. Möbst Du Deinen Alltag jederzeit auf Vorfreude ausrichten? Das wünsche ich Dir. Das ist die letzte Botschaft aus dem Kalender für 2021. Aber sei nicht verzagt, es gibt jetzt auch schon den Kalender für 2022. Er ist sehr viel professioneller gestaltet. Er ist auch statt DIN A5, DIN A4 und hat 13 wieder sehr wunderschöne Botschaften, die ich diesmal nicht in den Rauhnächten, sondern schon vorher gechannelt habe, damit Ihr den Kalender auch schon in 2021 kaufen könnt und nicht erst in 2022. Ich werde jetzt einfach mal durchblättern, während ich ein bisschen erzähle. Der Kalender kostet 19,95 Euro und davon gehen 3 Euro an den Verein City Wärme hier in Duisburg. Der Verein kümmert sich richtig toll um die Obdachlosen hier in Duisburg. Die haben dreimal die Woche eine Essensausgabe. In ihren Räumen haben sie auch eine Kleiderkammer. Die Gäste können kommen und sich duschen. Lebensmittel werden ausgegeben. Und zweimal im Monat sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Naturheilpraxis ohne Grenzen auch vor Ort und kümmern sich ehrenamtlich um die Gäste. Wie gesagt, 3 Euro des Erlöses gehen an diesen Verein. Du kannst den Kalender bestellen auf Etsy. Du kannst mich auch anschreiben und sagen, ich möchte einen Kalender. Wie gesagt, 19,95 Euro. Plus 3 Euro Versand. Den Link zum Etsy-Shop findest Du im YouTube-Video und auch auf Instagram und auch auf Facebook. Wie gesagt, Du kannst mich auch anschreiben. Das ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk, wenn man nicht weiß, was Du verschenken sollst. Die Botschaften helfen Dir, die Energien des jeweiligen Monats zu erkennen und Deinen Platz auch zu finden, wenn Du mit den Energien nichts anfangen kannst und dann den Text liest. Kannst Du Dich selber wieder besser justieren und wieder schneller bei Dir ankommen. Wie gesagt, den Link findest Du ganz einfach und ich wünsche Dir erstmal schöne Feiertage. Bis zum nächsten贊EN! Ciao! Ciao! которые чтобы